Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum wohl letzten Infovideo in diesem Jahr, denn es wird Bombe. Wir hatten ja letztes Jahr ein Unholy Christmas Special mit The Walking Dead an den Feiertagen und dieses Jahr wird es auch ein Unholy Christmas Special geben, das um einiges unholyiger wird als das letzte, denn dieses Jahr wird am Unholy Christmas Special über die Feiertage, also ab Heiligabend, über den ersten und den zweiten Weihnachtstag, The Walking Dead Season 2 von mir erscheinen. Die Spiele sind schon längst draußen, das weiß ich. Es befindet sich auch schon hier wunderbar auf meinem Laptop und ich kann kaum wieder stehen, es zu spielen, deswegen muss ich mich wohl bald ransetzen, also gleich oder morgen. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten, denn an Weihnachten selbst, an Heiligabend, werden zwei Folgen erscheinen. Hoffentlich, außer es gibt nur drei Folgen. Wenn die Serie drei Folgen nur gibt, also die erste Episode von Staffel 2, dann nicht. Ich gucke mal, wie ich das mache. Auf jeden Fall eine Folge an jedem Weihnachtstag, startend an Heiligabend. Aber das ist mir noch nicht unholy genug, denn ich habe noch zwei weitere Horrorspiele in Anführungszeichen offen. Deswegen kommt einfach zu The Walking Dead dann noch Resident Evil 4 eine Folge und Obscure 2 eine Folge. Also ihr habt drei Videos, was alles so mehr in diesen Horrorbereich geht und so wisst ihr Bescheid. Ist ja alles eher weniger Horror, Walking Dead ist einfach nur geil, Resident Evil 4 ist einfach nur geil und Obscure ist okay. Ist kein direktes Horrorspiel und die Story ist auch nicht so ralle, aber es ist okay. Und habt ihr pro Weihnachtstag immer drei Videos und dann ab dem 26., nee, das ist der zweite Weihnachtstag, ab dem 27. geht es dann nochmal weiter mit Prince of Persia, The Witch's House, Sherlock Holmes und all dem anderen Kram, der dann noch so läuft. Und Prince of Persia ist bald rum, das heißt, ja, endlich. Und, ähm, ja, dann geht es nochmal weiter. Und, ähm, ja, ansonsten will ich euch eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich wünsche euch trotzdem schon mal frohe Weihnachten im Voraus. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn die zweite Staffel von Walking Dead bei mir hier auf Sendung geht. Ab dem 24., das Unholy Christmas Special, 2014, nee, 2013, nicht 2014, das kommt erst noch, nächstes Jahr, dann. Ähm, an Heiligabend, die Uhrzeit weiß ich noch nicht genau, wird, aber zur Bescherungszeit sein. Oder während des Familiengottesdienstes bei uns um 17 Uhr. Ja, ähm, ich werde sehen, wann ich das hochleite, auf jeden Fall. Jeden Weihnachtstag drei Folgen davon, einmal The Walking Dead, einmal Resident Evil 4 und einmal Obscure 2. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dabei und habt Spaß daran. Und frohe Weihnachten, kommt ins gute neue, äh, kommt gut ins neue Jahr. Auch wenn ich jetzt noch elf Tage zu früh bin, euch das zu sagen, aber kommt gut ins neue Jahr. Ja, und bis dahin, ach, Moment, 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 Moment. Ich, mir geht die ganze 3D-Kacke gerade an Spielen, der war auf den Piss. Ähm, weswegen ich gerne, sehr gerne eigentlich, zu meinen Wurzeln als Retro-Spieler zurück möchte. Und ich möchte jetzt keinen Castlevania-Cross ankündigen, das kommt auch noch, keine Sorge. Aber ich möchte mit diesem Spiel hier beginnen. Bis zum nächsten Mal.